Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch erläutern, was Yoga bedeutet. Was ist Yoga? Und Yoga ist eine Weisheitslehre in erster Linie, die schon über 5000 Jahre zurückreicht. Und Yoga ist auch ein Werkzeug, ist so viele Dinge, aber vor allen Dingen ein Werkzeug, um in das innere Potenzial zu kommen, um es aufzuschließen. Und wir können dafür verschiedene Aspekte nutzen, verschiedene Aspekte des Yogas, verschiedene Wege des Yogas, wie zum Beispiel Meditation, Mantren singen, Asanas praktizieren, Dinge, die euch eventuell schon bekannt vorkommen. Warum tun wir das? Erstens, es fühlt sich super gut an, es macht Spaß zu singen, es ist schön, mal irgendwie für einen Moment zur Ruhe zu kommen, es ist super toll, sich zu bewegen, aber vor allen Dingen möchte Yoga uns in die Freiheit führen. Möchte Yoga uns, und das ist das Versprechen des Yoga ist, uns vom Leiden zu befreien. Diese Sanzara ist diese Flammen hier um Shiva herum, dass dieser ewige Kreislauf des Leidens durchbrochen wird. Und wo kommen wir an in der höchstmöglichen Glückseligkeit aneinander? Und wir können das erreichen, indem wir wirklich kontinuierlich praktizieren. Das ist in den Yoga Sutren schon so besprochen. Und dieses kontinuierliche Praktizieren ohne viele Pausen, egal auf welchen Weg wir das machen, egal welches Portal wir nutzen, das führt uns in diese Freiheit. Wir nennen das auch Erleuchtung. Wir nennen das in dem Sinne ins Licht zurückfinden und in die Heimat, ins Herzen zu finden. Und wenn wir das tun, dann gibt uns das unheimlich viel Stabilität im Inneren. Es gibt uns dieses Gefühl von, ich bin da und kann mich mit allem verbinden. Wenn ich mich selber so akzeptieren kann, wie ich will, deswegen ist Yoga auch immer ein Pfad der Selbstrealisierung, wenn ich mich so erkennen kann im Inneren, wie ich wirklich bin, in meinem authentischen Selbst, dann gelingt es mir, auch alles andere anzunehmen. Ja, weil wir werden oft bestimmt von außen, wir werden oft bestimmt durch Dinge, die passieren. Oder, ja, wer hatte schon mal Stress in seinem Leben, ja, und merkt, oh Gott, ich bin out of balance, ja, ich bin da nicht mehr ganz bei mir in meiner Mitte. Und Yoga möchte uns in die Balance, in die Ausgeglichenheit führen, von innen und außen. Ja, möchte, dass wir ganz bei uns ankommen können und jede Tat auch immer am höchsten orientieren. Am höchsten des Möglichen, was nicht heißt, dass wir nicht menschlich bleiben dürfen. Und hier setzt Tantra als moderner Pfad aus dem Yoga einen sehr guten Punkt. Ja, Tantra sagt, das Wort Tantra bedeutet Tan, bedeutet Gewebe und Tra bedeutet so viel wie ganzheitlich. Ja, es möchte dieses Gewebe des Lebens, dieses Gewebe des Kosmos ganzheitlich integrieren, in diese Erkenntnis unseres Selbst, in die Erkenntnis von allem. Wohin führt uns das in die absolute Wahrheit? Und das ist das Spannende an Yoga und an dem Yoga-Stil Tantra, dass nichts vermieden wird, nichts soll weggelassen werden, um diese Erkenntnis wirklich zu fördern. Yoga ist ein Pfad der Integration, wenn es um Tantra geht. Es ist immer inkludierend, es ist immer lebensbejahend, es ist immer kooperativ. Es sieht das intrinsisch Gute, das sogenannte Schrie, als erstes. Es geht davon aus, dass alles, was existiert, für einen Grund da ist. Es hat einen Grund, dass es existiert. Es hat einen Grund, dass ich existiere. Also muss das erst mal gut sein. Und deswegen können wir uns selber auch so annehmen in diesem Gutsein. Wir können sagen, hey, ist auf jeden Fall gut. Und wer kann das schon? Wer kann jetzt schon sagen, hey, ich bin perfekt, ich bin komplett, ich fühle mich gut. Und das ist genau der Weg, den Yoga, den Tantra für uns gehen möchte, dass wir durch die Praxis mehr und mehr uns annehmen können und mehr und mehr erfahren können, dass so wie wir sind in all unseren Schatten und Lichtseiten, dass das genau Teil des Universums ist, dass das gewollt ist vom Universum. Dass wir in dieser Spielform des Universums existieren. Mit all unseren Aspekten. Selbst wenn ich schnell BMW fahre, was ich gern tue, oh Gott, aber es ist Teil von mir. Und können wir das annehmen? Wenn wir das annehmen können, dann können wir auch liebevoll mit anderen umgehen. Und das möchte Yoga, das möchte Tantra für uns lösen. Und wir werden so aus dem Kreislauf des Leidens, was heißt, dass wir sehr viel Leid für uns selber kreieren, aber es ist nicht unsere Schuld, es ist auch ganz wichtig, sondern wir sind einfach so konditioniert worden. Wir können nichts dafür, wir wissen es ja nicht besser. Aber in dem Moment, wo Yoga als Erkenntnisweg auch seinen Weg geht, können wir sehen, okay, wir können all diese Dinge jetzt integrieren in die Erkenntnis in uns selbst und können uns mehr und mehr zu uns selbst finden in diesem Pfad der Selbstrealisierung. So, ich hoffe, das hat euch einen kleinen Einblick geben können in dieses Thema, was ist Yoga? Das ist natürlich ein Riesenthema, aber wir werden da noch weiter drauf eingehen. Namaste, ihr Lieben. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!